Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Insiders Insight. Mein Name ist Felix und ich zeige euch heute, wie ihr in wenigen Schritten einen vorhandenen Ortho-Classifier auf den Cognitive Classifier umstellt und neu trainiert. Wir starten im Document Manager in der Registerkarte Training. Zunächst schauen wir uns die aktuelle Leistung des Klassifikators auf der Testmenge an, die mit dem Ortho-Classifier trainiert wurde. Hierbei wird ersichtlich, dass für einige Klassen die rein textbasierte Klassifikation nicht ausreichend ist, sodass diese Klassen von zusätzlichen kognitiven Merkmalen profitieren würden. Denn häufig findet sich im Posteingang nicht nur reines OCR-Beleg gut, sondern auch Dokumente und Bilder, auf denen sehr wenig bis gar keine OCR zu finden ist. Dadurch, dass diese Belege vom System nicht eindeutig klassifiziert werden können, verursachen sie hohe Aufwände in der manuellen Nachbearbeitung und verringern somit die Automatisierungsrate. Schauen wir uns doch einfach mal ein paar Beispiele an, für die die textbasierte Klassifikation nicht funktioniert. Dazu klicke ich auf die Testmenge der entsprechenden Klasse, hier zum Beispiel Smartphone-Schäden. Es ist direkt zu erkennen, dass auf den reinen Fotos überhaupt kein OCR-Text zu finden ist, der zur Klassifikation genutzt werden könnte. Mit neuen KI-Technologien können wir nun auch diese Fotos mit bildbasierter Erkennung klassifizieren. Nicht nur die Erkennung von Fotos, sondern auch die Klassifikation in unterschiedliche Schäden ist damit auch möglich. Wie ihr das einrichtet, zeige ich euch jetzt. Um nun den Auto-Classifier auf den Cognitive Classifier umzustellen, muss der entsprechende Smart Block aktiviert werden. Dazu gehe ich im Document Manager auf Definition, Smart Blocks und setze dort unter Ovation das Häkchen bei Cognitive Classifier. Hierbei ist zu beachten, dass eine entsprechende Ovation-Server-Komponente eingerichtet sein muss, da ansonsten die kognitiven Merkmale nicht erzeugt werden können. Damit die Merkmale beim Training neu erzeugt und nicht aus den vorhandenen Cache-Dateien entnommen werden, müssen diese vor dem Training noch entfernt werden. In der Registerkarte Training klicke ich dazu auf die Schaltfläche mit dem roten Kreuz und wähle den Punkt Cache löschen aus. Mit einem anschließenden Klick auf Ja bestätige ich, dass der Cache für die Trainings und sofern vorhanden auch die Test- und Erweiterungsmenge wirklich gelöscht werden soll. Es spielt hier übrigens keine Rolle, ob zuerst der Smart Block aktiviert oder zuerst der Cache geleert wird. Wichtig ist nur, dass diese beiden Schritte vor dem Training gemacht werden. Das Training lässt sich, wie schon vom Auto-Classifier bekannt, über den grünen Pfeil im Trainingsreiter starten. Dazu wähle ich den gewünschten Klassifikator, hier Posteingang, und bestätige mit der Schaltfläche Start. Zusätzlich zu den Textmerkmalen werden nun vom Ovation-Server auch kognitive Merkmale für das Training erzeugt. Der Ovation-Server wird während des Trainings automatisch gestartet. Gibt es, wie in unserem Fall, eine Testmenge, so werden für diese Testmenge die Merkmale ebenfalls neu erzeugt und die Testmenge wird automatisch neu mit ausgewertet. Nachdem das Training beendet ist, seht ihr im Trainingsreiter nun auch direkt die verbesserte Klassifikation auf unserer Testmenge. Der Cognitive Classifier ist jetzt einsatzbereit. Jetzt habt ihr gesehen, wie ihr in wenigen Schritten einen vorhandenen Auto-Classifier auf den Cognitive Classifier umstellt und neu trainiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Insiders Insight.